Hallo und moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Subnautica. Ich habe mich gleich mal ein bisschen informiert, wo man einen Laserschneider herbekommt, weil ich denke mal, den werden wir auf jeden Fall brauchen. Den kann man im Grazi-Plateau looten. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob wir überhaupt beim Grazi-Plateau sind. Das wird sich herausstellen. So, jetzt gehen wir erstmal zu Kapsel 13. Der ist gerade so in unserer Range. Das ist der Mushroom Forest. Oder? Ich schaue jetzt gerade mal schnell. Der ist natürlich zugemacht. Ähm. Wird sich schon herausstellen. Schauen wir mal. Passing 100 Meter. Oxygen-Effizienz reduziert. Integrating new PDA-Data. Äh. Das war's. Hier ist nix. Wie kacke ist das denn? Da habe ich mir jetzt mehr erhofft. Ähm. Alter Big Mushroom. Das ist die Frage. Ist es das? Das ist die Frage. Ist es das? Ich schaue jetzt nochmal nach. Safe Shalom. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Alles klar. Wir schauen einfach mal, ob wir einen Wrack finden. Knochenhaie. Alles klar. War's nicht. Das sieht nach dem richtigen aus. Perfekt. Ah. Nicht perfekt. Wir brauchen davon noch zwei. Ah. Hier ist ein Wrack. Sehr gut. Passing 100 Meter. Oxygen-Effizienz reduziert. Okay. Hier drin ist nix. Metallschrott. Äh. Metallschrott. Begeistert. Ich brauche bloß ein Laser noch. Ein Laserschneider. Ja. Boah. Ah, da haben wir's. New Blueprint acquired. Alles klar. Gut. Dann gehen wir zurück zur Base. Und werden einfach mal schnell einen Laserschneider herstellen. Boah. So. Wir gucken jetzt gerade mal. Was brauchen wir denn für einen Laserschneider? Einen Laserschneider brauchen wir. Äh. Höhlen-Schwefelhammer. Diamantenhammer. Hammer alles da. Gut. Sehr schön. Gut. Dann müssten wir eigentlich gewappnet sein. Um. Äh. Ja. Um. In die Aurora reinzukommen. Außer man braucht vielleicht noch eine Waffe. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch irgendwas... Es müsste sich dann irgendwas im, im Gebäude festgesetzt haben. Jetzt finde ich Laserschneider on must. Das ist ätzend. Aber jetzt weiß ich, dass das schon mal das Grazy Plateau ist. Au. So. Jetzt schaue ich nochmal ganz fix... Obwohl. Das brauchen wir jetzt nicht ganz fix gucken. Äh. Ich werde jetzt ganz fix lieber den Laserschneider herstellen. Metalle. Die hat jemand. So. Schwefel. Das haben wir. So. Wir brauchen... Äh. Titan. Was? Das, was wir am häufigsten haben, haben wir jetzt am wenigsten. Alles klar. Da wird hier irgendwo... Metallschrott liegen. Wollte schon sagen, dann sehen wir vielleicht noch einen Blasenfisch. Und zerkackt. Siehst du, erficken sie sich. Blasenfisch. Blasenfisch. Schwebefisch. Au. Gejuckt. Äh. Was wollten wir? Metallschrott. Da. Gut. Das reicht. Oh. Das ist ja nett. Jetzt bin ich ja überall diese Zähne. Das ist ja Wahnsinn. Dann können wir gleich noch das Glas herstellen. So. Wasser. Wasser. Äh. emulgiertes Glas. Da brauche ich noch ein bisschen Glas. Ist gleich unter Zeug, habe ich das gemacht. Genau. Nö, boah man. Sehr nice. Ja stimmt, wir müssen noch Titan herstellen. Jetzt. Sehr, sehr gut. Dann tun wir den restlichen Zahn noch da rein. Und, äh, ja, das Salz. Das brauchen wir jetzt nicht. Dann gehen wir kurz runter. Nehmen uns unser Constructor Tool. Hä? Wieso haut das nicht mehr hin? Jetzt, jetzt geht das. Ja, das ist jetzt schick. Okay. Wahrscheinlich, weil dann alles geflutet wird. Moment. Das muss ich noch kurz verhindern. Ach, geht nicht. Okay. Machen wir mal anders. Wir haben eine Mission. Wir gehen in die Aurora. Okay. Okay, wir gehen einfach von vorne rein, so wie wir gerade gekommen sind. Und versuchen jetzt dann einfach, äh, so weit zu kommen, wie es nur möglich ist. Der Feuerlöscher ist, glaube ich, das geringste Problem. Das können wir relativ schnell wieder herstellen. Wir werden auf jeden Fall noch eine Nachricht bekommen. Und die Energie ist schon relativ schwach. Aber wir werden es auf jeden Fall schaffen. Alter, was ist das für ein Geräusch? Das ist geklimpfer. Deswegen habe ich mich gerade so panisch umgeguckt, weil ich sehen wollte, ob da irgendwie, was ist. Jetzt müssen wir auf den Reaper da aufpassen. Der kippt da bestimmt noch irgendwo rum. Hau ab! Was war das? Ein Fisch? Hau ab, du olle Pizze! Ich hätt mich die ganze Zeit selber. So. Constructor Tool brauchen wir jetzt erstmal nicht. Da oben kann man nicht lang. Müssen wir aufpassen, wie wir langschwimmen. Äh. Tür aufschweißen. Wir müssen Gas geben. Okay, der kann was. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Alter. Alter. Alter, ist das verbuggt. Alles klar? Alter, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ist ja nicht so, dass ich hier freiwillig rein bin, ne? Alter, ist das verbuggt. 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 Alter, das gibt's doch nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alter! 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 Ich muss ja irgendwie rauskommen. Ich muss ja irgendwie rauskommen. Ich muss ja irgendwie rauskommen. Das gibt's doch nicht. Ich muss ja irgendwie rauskommen. Okay, ich beende die Folge erstmal für heute. Ich muss rausgucken, wie ich hier rauskomme. Bis dann. Tschüss.